Was geht ab, Leute? Nöderleitgames hier und willkommen zurück zu Doom. Im ersten Zeitalter, in der ersten Schlacht, als die Schatten lang wurden, stand einer aufrecht. Die Seele verbrannt von der Glut des Armageddon, den Feuern der Hölle. Hören wir noch ein Stück zu. Oh, das ist jetzt unterbrochen. Na gut. Und dann verdorben wir von einem Ausstieg. Und so wird er die ewige Qual erfüllt. Von Hass fand er keinen Frieden. Und mit kochendem Blut durchschritt er die Schatten eben in voller Durst nach Rache an den dunklen Fürsten, die ihn ungerecht behandelt hatten. Er trug die Krone der Nachtwächter und jene, die seine Kollegen kosten, nannten ihn Schicksalsschlechter. Das wird wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit verstehen. Ja, das ist ein kleiner Bug. Die alte wieder. Ja, ist weggegangen. Hä, versuchen die die etwa auch zu bekämpfen? Das ist ja interessant. Glaube ich aber nicht. Kommst du mir ein bisschen zu nah? Nur ein bisschen sprengen. Die ist hier oben. Boah, verreckt. Wow. Der hab ich hier gar nicht gesehen. Alter Schwede. Oh oh. Den hab ich gegessen. Alter, ich krieg's den grad von hier in der Ecke. Ey, Wahnsinn. Das war jetzt unfair. Null Orientierungen von jeder Seite. Ah, hier sind wir wieder. Toll. Ja gut, das haben wir schon aktiviert. So. Klaus-Gewehr. Oder vielleicht erst mal die kleinen Viecher erledigen. Die gehen ja immer schnell. Immer schön versuchen, auf den Kopf zu zielen. Also die sind schon gespawnt. Gut. Was, ja. Das Ghost-Gewehr wäre vielleicht besser als der Raketenwerfer. Sieht danach aus. Ja. Definitiv stärker. Fertig nicht. Gleich vorbei. Da springt der da hin. Nur um getötet zu werden. Bei allem nur Leichenteile. Alles zerfetzt. Das war noch nie alles. Glaube ich nicht. Bestimmt ein Imp, der hier noch rumläuft. Naja. Na, sag ich doch. So, wo wanderst du rum? Die Tür ist nämlich immer noch verschlossen. Hab ihn gehört. Das ist aber kein Imp. Hi. Immer diese einen kleinen Pisser, die irgendwo stehen. Herrlich. Guck mal, wir würden den Sprung geschafft haben. Oh, da liegt eine fette Rüstung. Wie komme ich denn da? Da komme ich hin. Ja. Geheimnis gefunden. Ähm. Ja, ich sollte aber auch wieder hier hoch. Ansonsten muss ich von ganz Anfang an laufen. Das ist nervig. Oh, nicht zu weit. Vielleicht noch ein Stück hoch. Ja, perfekt. Klappe. Noch ein bisschen viele. Gib mir Munition. Habe ich noch viel? Oh, viermal kann ich das nur machen. Was haben wir denn hier? Oh, cool. Ha, mit der originalen Dung-Melodie. Revenant-Modell. Astro-Typ. Boah, das ist so cool. Und der blaue Schädel gehört uns. Jetzt können wir aber auch die Tür ganz am Anfang öffnen. Da war nämlich hundertprozentig ein blauer Schädel. Und ich denke, die Map wird uns wieder da hinführen. Kein Problem. Ich verteile die Headshots gerne. Oh, da hinten ist ein dickes Ding. Für vierfach Schaden. Mit dem Gauss-Gewehr. Oh, die Viecher. Ich vergesse, wie die heißen, ey. Oh mein Gott. Mit einem Schuss. Kokodemon. Ne, Kakodemon. Kakodemon, ja. Oh, vierfach Schaden ist schon mega geil. Jawohl. So lange ich die großen Viecher zerfetzen kann. Nein, ich wollte gerade sagen, ich habe es mit dem Vierfach-Schaden getan. Ach, das wird natürlich ein Volliger vor dem Stehen. Zwei. Da sage ich nicht nein zum Gauss-Gewehr. Kann ich dich zerserbeln? Kann ich. Das ist der Hammer. Oh, die Viecher habe ich so vermisst, ey. Die haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Boah. Wir sind noch nicht ganz sicher. Irgendwas tut er noch rum. Ach, äh, ja. Ganz einsam und verlassen. Oh, das Gauss-Gewehr ist geil. Der zweite Feuermodus wäre natürlich jetzt perfekt. Bleib hier. Verpasst nix. Und wieder ein Waffenpunkt. Oh, ich freue mich richtig, wenn wir endlich dieses Ding upgraden können. Vielleicht wieder mit der Chainsaw. Munition. Und dann geht's ab mit dem Gauss-Gewehr. Kabel. Mann, ich scheine hier wirklich gearbeitet zu haben. Her damit. Also, ich gehe diesmal auf die Gesundheit. Wo Munition immer noch geiler ist, finde ich. Ja, ich gehe mal auf Nummer sicher. Wer weiß, was da noch kommt. 150. Sollte erstmal genügen. Ja. What the fuck? Er wagt es hier nicht zu verrecken. Kann ich dich mit der Chainsaw zerlegen? Nicht genug Treibstoff für den, okay. Brauche ich einen f***er Tank. Gut, dann haben wir noch ein bisschen was zu bearbeiten. Guten Appetit. Großes Tor zur Hölle. Dann kommen wir bestimmt auch noch irgendwie hin. Oh, die Schäde! Oh, von dem muss ich mich in Acht nehmen. Verlorene Seele. Okay, ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der Waffenwahl. Wo ist mein Gauss-Gewehr, verdammt? Ich habe es gerade nicht. Was da? Vielleicht habe ich einfach keine Munition. Da ist es wieder. Bleib einfach hier. Das Klärchen, ja. Weiter geht's. Oh mein Gott, ey. Ganz schön bitter, die Viecher. Preschen weiter durch die Hölle. Das Teile brauchst du ja wohl nicht mehr. Nein! Wie kommt der denn hinter mir? Wie fies ist das denn? Ich hatte mein Gauss-Gewehr nicht gezogen. Ihr Säcke, ey. Ich darf das alles nochmal machen. Ah, da sieht man die verlorenen Seelen. Alles klar. Jetzt kurz hier aufräumen. So. Du magst das Gauss-Gewehr ja so, ne? coolen Appetit. Boah, ein bisschen nah. Und Verwundbarkeit. Bring it, bring it, bring it, bring it, bring it, come. Genau, fahr einfach runter. Aber was kann ich nehmen, damit ich die schnell ausschalten kann? Ich würde sagen, den Raketenwerfer. Und dann einfach eine Zündung machen. Mitten in der Luft. Ja, hat geklappt. Wo haben wir die Fliegeviecher? Die sind noch nicht gespawnt. Oh nein, ich hab die Energie da gelassen. Fuck. Doch, jetzt. Oh, nicht. Nein, wieder keine Munition fürs Gauss-Gewehr. Da kommen die. Oh, die sind gefährlich. Kann sie ruhig da bleiben. Friss die Raketen. Ja. Nein. Boah, da konnte ich mich aber gerade noch retten. Jahre langes Zocken. Also, Reflexe. Natürlich will ich hier hin. Scheiße. Und wie komme ich wieder zurück? Ah, ich muss ja nicht den ganzen weiten Weg laufen. Traue ich mich nicht, irgendwie hinzuspringen. Nein, lass ich auch lieber. Ich hätte es bestimmt schaffen können. Egal. Komme ich hier auf die Plattform von da? Nein, leider nicht. Da muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ist aber nicht so weit. Nochmal kurz hier rum. Dann sind wir schon fast am Schalter. Oh nein, ich... Oh, das war richtig behindert. Nein. Ich dachte, der hält sich da fest. Spring drüber. Wir hatten alle Dämonen erledigt. Und ich verreck an so einer Scheiße. Oh, gut. Ich muss mir nochmal mein Ding entzuholen. Ne, da komme ich nicht hin, wie ich gesagt habe. Ich muss den ganzen scheiß Weg laufen, nur weil ich die Rüstung haben will. Wenigstens muss ich nicht gegen alle Dämonen nochmal kämpfen. So. Ja, laufen wir einfach nochmal ganz bekämen den Weg, obwohl. Ne, da komme ich nicht dran. Unmöglich. Mein Gott, ne. Die ist mir verkacken, finde ich. Na, da wusste ich nämlich, der hält sich fest. Tut aber nicht. Ding ist auf. Ich hatte aktualisiert. Nix. Ihr könnt ganz genau da bleiben, wo ihr hergekommen seid. Wo gehen die Fücher eigentlich hin, wenn die tot sind? Wieder zurück in die Hörle? Schön, so können wir weitermachen. Zerfetzen wir die.